Moin Freunde! Wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, sind wir inzwischen schon ein Stück weiter als Perth on Wavewalk. Wir sind nämlich jetzt schon beim Calgary National Park. Und ja, die letzten Tage habe ich ziemlich wenig mal wieder gefilmt. Ja, wir waren da ziemlich lange Zeit in Geraldton und haben da ein bisschen entspannt nochmal. Und ja, jetzt geht es weiter Richtung Norden hoch. Und ja, jetzt werden wieder ein paar mehr Filme kommen, ein paar mehr geschnittene Videos. Und ja, kommt einfach heute mit in den National Park und mal gucken, ob wir heute noch irgendwas anderes sehen oder erstmal hier bleiben. femen perfect und eine Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018